Hallo Leute, ja, ich bin's BlubberLP und ja, das ist ein Info-Video oder so, also nein, Info-Sound für euch, damit ihr wisst, was los war und was jetzt so passiert. Ja, ich habe lange nichts zurückgeladen, außer dieses League of Legends-Video und dieses Kätzchen oder so. Und ja, das wird diesen, ich will euch sagen, was so passiert ist, warum ich nicht zurückgeladen habe und was ich hochladen werde. Ja, wenn ich dieses Video abgeloadet habe, dann wird mein nächstes Projekt schon oben sein, weil ich bin's gerade am Uploaden, ist gerade bei 77%, ich weiß nicht wieso, ich bin schon erst gerade eine Minute Upload, ist schon bei 80%. So, naja, okay, ich werde Have Story Let's Playen und ich habe nichts zurückgeladen, weil ihr habt, also, manche von euch werden in League of Legends, wie wir schon gesehen haben. Und League of Legends ist eigentlich das einzige, was ich so gemacht habe in letzter Zeit. Und ja, ich spiel's nicht mehr so oft, ich werde mich mehr für meine Let's Plays konzentrieren oder wie man dem auch sagt. Ich werde versuchen, jeden Tag was hochzuladen. In manchen Tagen wird's mir nicht gelingen, ich weiß, ich werde auch manchmal wieder so eine Scheißpause machen. Tut mir schon jetzt leid, will ich eigentlich nicht. Aber ja, das war's eigentlich und ja, bis zum nächsten Mal, Leute.